Bei der Beantwortung dieses Postulats war der Staatsrat recht deutlich. Dieses Postulat ist gefährlich und absolut zweckundienlich. Ich bin mit Manta di Kretto grundsätzlich auch einverstanden. Wir haben ein Deponieproblem und der Kanton Wallis und der Staatsrat ist bemüht, dieses Problem zu lösen. Fakt ist, dass der Kanton Wallis wirklich ein riesiges Deponieproblem hat. Nicht nur, was die Deponie D betrifft, sondern ebenfalls Deponie A und B. Eigentlich ist der Kanton gemäß Richtplan verpflichtet, Deponieplatz zu schaffen. Ihm fällt hier leider die Weisungsbefugnis über die Gemeinden. Wir werden uns demnächst mit dieser Thematik hier im Großrat sichtlich befassen müssen, denn hier ist ein dringender Handlungsbedarf angezeigt. Im vorliegenden Postulat wird verlangt, dass die bewilligte Deponie oberhalb Munt die einzig Schlacke entdeponieren kann, die aus dem definierten Kantonsgebiet stammt. Das ist gefährlich und darf nicht sein. Denn das Wallis war seit 2007 auch froh, seine Schlacke nach Saint-Riffaut und nach Hinville bringen zu dürfen. Nun, diese Deponie anderen Kantonen nicht zugänglich zu machen, ist alles andere als partnerschaftlich. Wollen wir wirklich uns auf dieses gefährliche Spiel einlassen? Das Wallis würde sich isolieren und letztlich verlieren. Lehnen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses gefährliche Postulat ab und folgen Sie dem Staatsrat, die Mitte Oberwallis folgt dem Staatsrat.